Sie gehen ja dadurch gestoppt werden, aber der Blitz ist einfach besser, der... Uiuiui, Kronos Rage. Hallo Kronos, ne? Glaub schon. Mann, die lassen es nicht zu mit ihrer Ruhephase, dass ich meine geile Kombo machen kann. Mit dem Sprung am Ende. Ah, es ist erst nicht zu! Es hätte geklappt vielleicht. Komm her. In ihrer Kackkustung nervt mich ein bisschen. Boah, nervt mich doch nicht, Alter. So, manchmal ist dann aber auch der Flow bei Code of War einfach nicht drin, ne? Das kann vielleicht ein Problem von mir sein, dass ihr es manchmal einfach habt. Manchmal ist der Flow das total und manchmal gar nicht, ne? Aber wie gesagt, es kann auch auf jeden Fall an mir liegen. Ich glaube, wir haben ja unser Upgrade noch bekommen von, äh, Wage of the Titans für mich allein. So, dankeschön. Och Gott! Ach scheiße, ich wollte das gar nicht machen. Das frisst zu viel Zauberkraft, das ist das Problem. Was ist das jetzt? Dankeschön. Der nächste Kampf, bitte. Ich halte es nicht. Nein! Nein! Lass mich in Ruhe. So. Bombs! Die Sirene ist mir jetzt gerade erstmal, um ehrlich zu sein, egal. Oh, geil! Nein! Nimm sie, nimm sie! Ah, das sind die besseren Sirenen. Warum bist du am Blitzen, hör mal. Richtig! So. Bombs! Uah! Nein! Ich bin schon dumm, ey. Ich renne extra rein, damit ich den Scheiß kontern kann. Und was mache ich? Nichts. So. Bombs! So will ich das haben. Ich bin fast tot, Alter! Scheiße! Das ist natürlich jetzt nicht so geil, muss ich wirklich sagen. So, du bist jetzt tot, ne? Und... pfff! Wunderbar. Okay, ich brauche einmal kurz ein bisschen Zeit, leider. Ich bleibe es mit Druck vorne in der Sonne. Ich brauche Energie. So. Dankeschön. Puff! Und zack, hau weg mit der Scheiße. Und weg mit dir. Perfekt. Was? Wieso bist du hier nicht zerschellt? Ein Skandal ist das, wirklich. So. Weg mit deinem Kopf. Du brauchst was für den Kopf nicht mehr. Okay, Wage of the Titans hätten wir hier. Oh. Ah, schöner Arena-Mode, die wir jetzt hier so ein bisschen haben, ne? Natürlich hol ich mir Magie. Dann können wir sich noch mal ne schöne dicke Kombo hier holen, ne? Ah, da sind noch zwei, okay. Euch hab ich übersehen. So. Dankeschön. Give me more magic! Das Beste ist halt beim Wage of the Titans-Monus. Äh, man kann trotzdem getroffen werden, ne? Das ist echt das, was ein bisschen blöd ist. Oh, nee! 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 Ich will euch echt nicht haben. Ihr seid echt doof. Ihr riecht komisch. Oh, scheißegal. Ich mach's mir einfach. Ich versuch's mir zumindest einfach zu machen. So. Die Fetten, das ist gar nicht so das Schlimme. Die Kleinen machen wir ja eher zu schaffen. So. Und rein mit dir in die Feuerlanzer. Oh, guck, wir geben sie mal ein bisschen Magie zurück. Das ist aber nett von euch. Oh, ein bisschen Magie. Ein bisschen reicht. Kabums! Das Blöde ist halt wirklich nur, dass das Geile am Konter ist, der ist zwar, der ballert die Leute zwar weg, aber der ist, glaub ich, echt schwach. Der macht keinen Schaden. Oder mega wenig nur. Wir wissen natürlich, ich hab jetzt überhaupt keine Form der Lebensversicherung, ne? Ich bin ja deswegen schon mal tot. Das ist schon mal sehr viel wert. Genau, den haben wir ja. Ui! Bums! So, komm her. Dich krieg ich! Paau! Und ran mit dir! Oder vorher Keul ist das ja besser. So, und hier haben wir ja doch noch einen kleinen Trick, ne? Genau. Nämlich den hier. Okay! Damit hab ich jetzt nicht gerechnet. Das war schon nicht geplant. Nervt mich nicht! Wird Mimo! Kommt doch alle her und nervt mich. Bitte doch etwas. Vielleicht nur Kombo haben. Weg mit euch! Zertalbein halt in der Mitte, ne? Mein Gott, was kostet die Welt. Ui! So, einen Einkampf haben wir wahrscheinlich noch, ne? Hab ich recht. Ach, guck mal! Die Viecher sind eigentlich nur noch angenehm, muss ich sagen. Wow! Halt mal weg! Ich hab schon ungefähr acht mal, äh, mich gedreht, aber ist ja egal. Zumindest jetzt die Befehl geben, was das tun soll. Was daraus wird, ist ja immer so eine andere Sache. Komm! Komm! Du bist halt nur, wenn man hier stirbt. Ich glaube, man muss alles nochmal von vorne machen. Also den ganzen Weg nochmal neu gehen. Also echt ne uncoole Sache. So! Und noch eins schonmal kaputt. Okay! Au, spinn! Heft gesessen! Wow! So! Machen wir den zweiten Fetten jetzt auch nochmal direkt weg. Fumm! Und... Der geht down! Der geht down! Was, da lebt der noch? Nein! Kann doch gar nicht! Die kleinen Scheiße geben wir aber auch ganz schön offen, muss ich wieder sagen, ne? Oh, fuck you! Fuck you! Ich kenn den Move doch! Warum reagier ich denn nicht da drauf entsprechend? Au! Au! So! Okay, beiden Soldätchen, die krieg ich dann ja wohl noch hin, ey! Weil, ich mein, das hier war echt ne total asoziale Stelle. Weil, wenn man hier wirklich stirbt, dann kann man wieder ganz oben anfangen beim Rondell. Und mit den ersten Kämpfen beginnen. Und das wär echt nervig, wenn mir das jetzt hier passiert wäre. So! Aber da kommt auch noch ein paar nach. Warum auch nicht, ne? Und eigentlich, dass du den in einem anderen Reihenhaus. Aber ist ja egal. Oh, pech die! BAMS! Der lebt immer noch, ey! Hallo! Da wüsste ich mal sterben! Dankeschön! Komm mal da rein! So! Ach, nur noch eine! Und noch eine, okay! Egal, ich treff' dich trotzdem noch da durch! Ist mir scheißegal! Oh, Leute! Es lebt ja auch noch! Wieso lebst du denn noch? Ist das doof oder was? Das ist ne kurze Frage! Jetzt! Endlich! Fertig! Dankeschön! Dankeschön! Und wir haben einen Speicherpunkt bekommen! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Es ist so gut! Ah! Jetzt erst mal die Ruhe genießen! Ah! Alter, war da viel los, ne? Nee, du witziger, ey! Nicht schlecht, nicht schlecht! So! Acht Stunden haben wir schon noch auf der Spieluhr! Auf der Spieluhr, ja! Auf der Spielzeit! Kommen wir echt überhaupt nicht so vor! Die Zeit geht hier so schnell rum! So kurzweilig! Voll gut! Ah! Okay! Oh! Ah! Ah! Kleine Pfoten hab ich! So! Wunderbar! Aber wie hieß die Olschi hier nochmal? Ich hab den Namen letztendlich! Klotho weaves the Thread of Life for every mortal, god and titan! Find your Thread, and you will be able to control the mirrors of the Verse. The Source of Gera, and use them as a gateway to return to the time when Zeus betrayed you. Und die Fremdkamer, oder so? Und die Fremdkamer, oder so? Und die Fremdkamer, oder so? Ehh, so! Ah, okay, super! Ich hab noch ein paar Fäden gesponnen! Ey, du Sau! Also man sieht eigentlich, es ist einfach nur ein fettes Viech, ne? Ah, hier die dritte Schwester. Aber schon so ein bisschen unterentwickelt, ne? Es hat halt viel Masse, aber sonst irgendwie nichts. Dünne Ärmchen. Sitzt den ganzen Tag auf ihren Arsch. Du bleibst oben, ne? Ja, ja, bitte bleib oben, bitte bleib oben. Ja, sehr gut, okay. Leben? Ja, ne, mal mitkommen. So, dann nehme ich einmal rüber. Und dann können wir nämlich hier einmal... Waaaah! Nimm ihn Ruhe! Dankeschön! Ich wollte jetzt nicht wieder unten sein, echt nicht. So, und jetzt dürfte es eigentlich funktionieren. Bombs! So. Ich hoffe, ich hab jetzt wieder ein bisschen Ruhe. Ah, Wage of the Titans kann ich mir da auch holen, aus der Kiste. So, okay, okay, okay. Ich hab mir den Weg über oben, kann ich mir wahrscheinlich sparen. Weil ich... ...wüsste eigentlich... ...so auch da locker hinkommen. Genau, perfekt. Der, der Bereich kam übrigens auch irgendwie immer so mega lange vor. Und die dritte Schwester verbinde ich immer mit dem Ende vom Spiel. Das ist es was, das ist es für heute. Das ist es, was niemals vor Motorland! Das ist es. Das ist es. Das ist. Das ist das, was niemals vor Motorland. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich wüsste genau, was ich jetzt tun muss. Ich weiß es nämlich nicht. Das ist eine grobe Idee, aber... Mann, wer auf. So. Da war, glaube ich, noch eine Kiste drin. Einklemmen. Äh. Hä? Bin ein bisschen überfordert, gebe ich zu. Hm. Ich habe keiner, was ich hier tun muss. Egal. Egal. So. Schade, ich komme da wirklich nicht mehr rein. Wie dumm ist das denn? Was soll das denn? Habe ich den letzten Checkpoint irgendwie neu laden oder so? Genau, vom Last Checkpoint. Ich habe ja hier noch nichts geschafft, von daher ist ja alles cool. So, aber ich will da erstmal unten rein, da war eine Kiste drin, meine ich, was ich richtig gesehen habe. Hier sind zwar nur 1000 oder so, aber egal. Ich will es trotzdem haben. Okay, ich habe hier aber auch mega viel Zeit, echt. Wie geil ist das denn? So, ich denke mal, ich muss auf jeden Fall dieses Behältnis irgendwie auf die andere Seite bekommen. Das heißt, ich muss nach und nach dann immer die Hände quasi behindern. So, jetzt mal hier kannst du stehen, genau. Ähm. Yeah. Okay, das hat super funktioniert mit der Zeit aufrechterhalten. Das muss ich ja wirklich sagen. Los, geh da doch drüber. Penner. Ne, ich treffe das nicht. Ich treffe das nicht. Vielen Dank.